hallo meine freunde der sonne ich hoffe es geht euch gut heute kommt mal wieder ein weil mir ist eingefallen ich habe noch aufnahmen die ich nicht veröffentlicht habe und die sind vom märz deswegen werde ich doch so ein bisschen anders aus dem wahrscheinlich aber ich habe jetzt extra den gleichen pullover angezogen dieser hat ähnlichkeiten mit dem video wo ich meine extensions da gemacht habe bla bla aber das ist mir so egal leute als ob ich jeden tag das gleiche anziehe alter das war schon tausendmal in der wäsche alter an die leute die jetzt halt so schreiben deine mutter zieht immer das gleiche an by the way folgte ich mir eigentlich schon auf insta nein nichts an schreibt AHHHHH AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH AHAHAH BUTT UNTERTITELUNG NAY UNTERTITELUNG Ich gucke halt mal so ganz gerne, was mal so, naja, was so gezeigt wird. Kannst du dir ja denken. Du hast so voll den interessanten Bart, den haben sonst nicht so viele. Das ist richtig, also selten noch, gibt's schon, ne. Und warum hast du dich für diese Bartform entschieden? Weil ich zuvor bin zum Rasieren und mache einen Nebenjob, damit das mit der Polo auch ein bisschen passt. Ja, ist so. Das reiche Land Deutschland macht's nötig. Gibt's ein tolles Lied von den Toten Hosen. Es gibt tausend Gründe, ne, auf dieses Land stolz zu sein. Dann wird's ja richtig verarscht. Bin ich klasse, das Ding. Ja. Was machst du zu deiner Freizeit? Was mache ich meiner Freizeit, Junge? Bisschen basteln. Musik ist mein Hobby. Du hast gesagt, dass du gerne bastelst. Machst du so Papierflieger und so? Ja. Genau. Ja, siehste. So ist das. Yeah. Das ist ein Foto von dem Rücken. Weinst du gerade? Oh nein! Alles okay, Bro. Ich bin auch nur so eine trockene Seele wie du auf dieser Erde. Ich hab eben fast einen Herzinfarkt bekommen, Alter. Sorry! Und, wie geht's dir so? Alter, chill. Das war ne Runde. Steffi! Oh mein Gott! Melissa! 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 Hast du mir gerade ne Bombe gegeben? Ja. Ja. Hi. Hi. Wie geht's dir? Gut, und dir? Auch gut. Bist du am Spiel? Nee. Ach so. Die kenn ich. Du kennst mich? Ja, ich kenn dich. Du nicht! Dein Kumpel! Ich hab keinen Kumpel hier. Ich hör'n doch! Weil du hast Headset auch vielleicht deswegen. Doppelt gehört oder so. Dein Jahr sein! Willst du mich pracken oder was, Alter? Du kannst doch nicht mal Deutsch! Hahahaha! Naja, ich hab mich schon mit einem was ges- äh, gerecht. Und zwar, ich hab sein WhatsApp mit ungefähr über tausend Nachrichten gespannt. Wenn man einen Bot hat, der das für einen macht, komm jetzt machen. Das, das ist intelligent? Bist du aber ein kleiner Hacker oder was? Hahahaha! Ja, ich hab sogar nen eigenen YouTube-Kanal. Echt? Ja. Und wie heißt der? Äh, bisher immer noch bei Rainbow Boy 89, warte. Hast du schon ein paar Chayas am Start, so? Was bedeutet das? Ich weiß es nicht. Also so ein paar Ladies, weißt du? Ja, auch gerade. Jaaaa! Ja. Ja. Kann man ja mal machen. Muss man aber nicht. Ich hatte nie ein richtig gutes Gefühl. Und jedenfalls, ja, es hat sich rausgestellt, weil sie war mit nem anderen Film auf dem Schiff. Haben sich auch rumgeküsst. Ja. Dann ging mir ich nur so. Hahahaha! Da ist das Niveau von 100 auf 0 gesunken. Kannst du das nochmal machen? Ne, falsch rum. Da ist das Niveau von 0 auf 100. Jetzt muss von 100 auf 0. Nein! Hahahaha! Siehst du das? Ja! Ich hab ja einfach ein Y! Und dann ist es auch so. Du könntest theoretisch dazwischen nen Computer stellen. Und der findet dann auch NFC raus. Und dann denkt der wie z.B. den Code, dass die Pumpe ihn 20 stützt. Ähm, das wär viel zu viel. Du würdest in Unmacht fallen in ungefähr 5 Minuten. Und du wärst dann sozusagen weg. Man könnte theoretisch, wenn man einen Unmacht hat, wenn man eine Untertronung stellt. Und ja. Es gibt natürlich auch Übertronung, so weil es nicht so gut ist. Und dann drohst du sich und schlackst du. Gatt. Jetzt nochmal die Entstehung zu dem Peter. Gatt. 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 Ey. Was denn? Nichts. das leben ist einfach lustig weißt du findest du das leben auch so lustig wie ich absolut das sieht man dir ja voll an ey seh ich auch so wie alt bist du wir haben uns jetzt gerade die gleiche frage gestellt sind wir jetzt zusammen bist du irgendwie high oder so also ich bin 16 ich bin 13 ja das hätte meine seele jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet gedacht ich bin älter oder ja das sagt jeder denken so ich bin 15 oder 16 fändest du das nicht toll älter geschätzt zu werden warum ich sollte ich aber ich will gar zeit zu leben das leben ist lustig oh mein gott oh mein gott holst du gerade seitdem ich dich kennen sage ich einfach 24 7 es war schön euch zu treffen und danke für die dinge was sagen ja bleibt immer du selbst und veränder dich nicht weil du bist genauso perfekt wie du bist und ich liebe dich über alles oh mein gott oh mein gott was geht mir ist langweilig deswegen dachte ich ich gehe mal hier hin was machst du für ein video ja ja du bist so geil ich will okay viel spaß noch und was hast du generell was gegen schniegel oder nur hier gegen was gegen schniegel wie also willst du mir sein schnipps zeige was soll das eben werden hörbar okay ich weiß aber ich mache das für einen bestimmten zweck soll ich dir den verraten das net only know i've been high when i feel alone only had your own missing own only know you love her when you let it go ahaha so ein bisschen also back ne 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 hello hello he 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 what's pooping what's pooping what's pooping yes what's pooping ja leute das war es dann auch schon wieder mit einem super tollen video von mir was soll ich noch dazu sagen also ich persönlich weiß es jetzt nicht weil ich jetzt nicht so viel zu dieser welt zu sagen habe hey welcome to chilis